Ich bleib halt hier hängen, echt, jetzt! Wow! Ich bin hier hängen geblieben an dem scheiß Gatter, ey! Fuck you! Wow! Die Palette war schon... Die Palette war schon am ziehen, aber macht ja nix! Läuft! Unfassbar! Ja, bis doch das Tag, Grobi! Ciao! Schlaf schön! Schönen Tag wünsch ich dir morgen! Das wird's ja wohl nicht zu fassen, ey! Wir kacken dreißig aus und wir vorher spielen, also normal spielen. Und der Nächste? Tja. Der wird hier nicht mehr weggehen, glaub ich. Nö, der geht hier nicht mehr weg. Gut, dann machen wir Jens, würd ich sagen. Jens ist raus. Jupp! Mach Jens. Na doch, jetzt geht er weg. Er will mich, er will mich! Läuft noch nicht zu mir, Läuft noch nicht zu mir, Läuft noch nicht zu mir! Er dreht um, 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 er dreht um. Ja, er ist schon wieder bei mir. Mach Jens! Warte, ich bin kurz vor Stufe 2 jetzt schon! Mach Jens! Mach Jens! Bringt ja nix! Der wird mich jetzt hier abkämmen, dann seht zu, dass er jetzt Jens macht! Wow! Okay, jetzt ist er weg! Ernsthaft! Ja, er hat mich! Holt ihn runter! Dafür ist du später, das wird Second Stage definitiv! Dafür hat er gesorgt! Er kommt zurück! Er kommt zurück! Echt jetzt! Wow! Also das ist nun echt schon hardcore, was er hier abzieht! Das ist richtig tryhard! Kommt aber, kommt er in meine Richtung? Also ich hab grad Heartbeat, ich weiß nicht! Nee, er ist noch... Nee, er ist hier bei mir am Schweinebaum noch! Nee, er ist noch... Nee, er ist hier bei mir am Schweinebaum noch! Nee, jetzt ist er wieder irgendwie weit genug weg! Keine Ahnung! Aber der wird sowas... Ich geh mal davon aus, dass ihr... Dass er instant auf mich... Er ist... Holt ihn ab! Holt ihn ab! Ihr seid alle auf der anderen Seite deiner Map! Vergiss es! Läuft ihm hin! Nee, er kommt wieder zurück! Der kommt doch sowieso wieder zurück! Macht endlich eure... Macht endlich die scheiß Jens, Leute! Erstmal ohne Flaks! Ich muss mich heilen, sorry! Unglaublich! Ja, da ist er nämlich schon wieder! Ja gut, dankeschön! Tschö! Er geht auf dich! Natürlich geht er auf mich! Wow! Mann, bist du ein guter Killer! Nicht! Tunneln und abcampen, ey! Der hat hundertprozentig einen Doktor Perk dabei, denk ich mal, und verstört! Weil du hast... Der ist drüben bei dir! Und ich hab hier drüben einen Heartbeat! Mh... Mh... Der hat hundertprozentig das... Und... Ordnung Klasse 1 und Ruhe Klasse 1! Okay, was ist mit dem Heartbeat? Das ist ja übelst! Wo kommt der her? Valentin? Pisas Valentin? Was? Vatikan City? Ernsthaft? Ja, das ist hinter... Da ist noch ein... Es läuft hier noch! Wow! Und der hat schon 9k, ne? Mal so, by the way! Ernsthaft! Er lässt... Fürs abcampen! Zwei, dreimal hitten! Und zwei, dreimal... Wow! 9k, für das bisschen! Und schocken! Schocken hast du vergessen! Ja, mich hat doch nicht immer geschockt! Er hat das versucht... Boah! WTF! Er will immer noch mich! Soll er doch! Wir machen wieder rein, Jens! Ja! Mh... Das eine... Wenn wir Glück kommen, kommt einer raus! Ja, macht die Jens... Ferdig! Feierhaft! Bringt ja nix! Er bringt ihn leider zu euch in die Nähe, by the way! Was machst du denn da? Ich komme mit den Skillchicks nicht klar! Hm, nicht nur du! Er kommt in eure Richtung! Vorsicht! Mh... Ja, jetzt testet er natürlich, ob der jemand in der Nähe ist! Ja, jetzt war natürlich das Problem, dass wir eben auch kein Bordheim hatten! Lauf! Beim Abhängen! Ja, natürlich geht der voll super wieder auf John, ey! Guck dir das an! Boah, Alter! Lauf wir durch! Lauf wir durch! Lauf wir durch! Durch die Palette! Durch die Palette! Hier war ne Palette! Ich dachte, du läufst so... Ich hatte ne voll gepeepackt dann! Mh... Also, ich würd ja mal eher ein Jen machen... Season, anstatt dahinter herzulaufen! Er dreht um, Vorsicht! Weil der schockt dich jetzt höchstens noch maximal weiter hoch und dann geht er zu John holen! Hundertprozentig! Ja, da kommt der kleine Süße schon! Ja, sag ich doch! Weil das bringt so nichts! Du gibst ihm nur noch mehr Punkte! Und Tiny Builder! Hallöchen! Schönen guten Abend dir! Wie du siehst, ich bin schon verregt, weil ich abgekämmt worden bin! Und nachdem ich dann abgehängt wurde, sofort umgeschlagen wurde! Und wieder aufgehängt worden bin! Nachdem ich schon bis Second Stage gehangen habe! Gehen! Ähm, kannst du abhängen! Ja, Junge! Es war Sprintboost, würd ich sagen! Ja, das war ein Hit, würd ich sagen! Ja, ich bin erstmal schnell beruhigen! Kannst du dich jetzt mal runterholen? Ach, war das eh schon! Ich fliege jetzt gleich, aber lass mich hängen! Wow! Ich glaub, John hat auch noch Dings, äh, Board of Time, ne? Äh, ja! Junge, ich bin schon Stufe 3! Naja, kriegst ja trotzdem noch Punkte, bis er voll ist, ne? Kriegst trotzdem noch die Punkte dafür! Naja! Naja! Oh ja, mei! Ist halt so, ne? Kann man nichts machen, ne? Nö! Passiert, ne? Also, der letzte Killer, den wir hatten, das war dann Geist, der hat geleckt, wie blöd! Zwei Leute sind vor... direkt beim Beginn rausgeflogen, und der hat dann trotzdem noch getryhardet, bei zwei Leuten mit 5 Gents! Und davor hat man nötbunny! Und davor hat man nötbunny! Na, mit den nötäxten! Oh, ist... Also, weil wer läuft's heute richtig, muss ich sagen! Äh, hab mir nicht so schwach, aber... Ja, der geht nicht von ihm weg, macht Gents! Das... Das abhängen könnte... Mach erstmal Jen! John! Hm... Mach Jen schon! Jen, John! Bevor du da abhängen gehst... Noch habt ihr Zeit! Also machen scheiß Jen jetzt! Jawoll, bin doch schon auf dem Weg Meister! Gut! Rechts auf dem Weg! Ja, mach das Plüschee! Gutschtle! Ciao! Mach den Jen fertig! Mach den Jen fertig! Der kommt nicht zu euch! Der bleibt bei... Der bleibt bei ihm! Jetzt mach mal da hinten... Hinter der Palette, wo du grad drüber bist, war... Ist noch n... Also ich weiß zwar nicht, warum der Heartbeat bei euch so dermaßen groß ist... Der dürfte normalerweise nicht so groß sein... Weil er hat... Weil er hat... Weil er hat nur Play with your food eins drin! Er hat kein Distressing drin! Keine Ahnung, was ist das? Keine Ahnung! Normalerweise dürfte der Heartbeat nicht so groß sein bei ihm! Wenn er Distressing... Wenn er Distressing 3 drin hätte, dann... Dann könnte ich ihn noch nachvollziehen, aber... Äh... Nicht so! Auch wenn ich bin verstört und mit dem Doktor gehört, weißt? Du für das soweit sein! Ne, selbst da... Nein! Selbst da hast du ja dann auch rotes... Licht hinter dir! Ne? Wenn der... Wenn der die Addons drin hat, wie der König und sowas... Dann hast du ja ein rotes Licht mit dem Heartbeat, das ist was anderes! Aber... Aber der ist ja dauerhaft! So wie... Der Heartbeat den der hat, ist echt ein bisschen übertrieben hoch! Finde ich! Das ist vor allem ungewöhnlich! Das ist nicht normal! Oh... Der war doch fast fertig! Ja... Diese... Skillchecks sind jetzt... Komm, ihr schafft das! Ja, aber ich gut bin! Das war jetzt ein normaler... Nice! Und jetzt Tür auf und raus! Ja... Ja, da kommt er! Und der hat mich instant schon verloren! Ja, der ist bei mir! Ne, ne, der ist auf... Der ist auf John! Der ist auf John! Der ist auf John! Weil John... Weil der mich mal gesehen hat, wie ich ins Scheißhaus durchgerannt bin! Ja, der ist... Der hat aber auch John gesehen! Ah, okay! Das hab ich nicht gesehen! Der schockt mich jetzt erstmal ordentlich hoch! Aber... Weil John... Weil John ist safe call tot! Ja! Versteh ich mich! Deswegen geht er auf dich! Weil ich nur einmal hooken muss! Ich kann nicht zuschauen! Dann gucken wir mal im Stream! John ist tot! Ja! Geh raus! Das schaff ich nicht! Ich pack mein Laptop nicht! Weil ich versteh das nicht! Der so einen übel schnell Heartbeat hat! Er kommt in deiner Richtung voraus! Ich bin schon draußen! Jetzt geht das offen draußen! Na gut! Ist ja sowieso uninteressant! Na ja! Für meine Dailies hat's wenigstens die 4 Chins oder sowas gezählt! Na ja! Wird etwas! Na! Wenigstens das! Ich hab alle 5 Chins mitgearbeitet! 5 komplette Chins bekommen! Naja! Instant Dodge! Die Ente sagt mir doch was! Die Ente sagt mir was! Warte mal! Hab ich den auf Blacklist? Kann das sein? Ich glaube den hab ich auf Blacklist! Wenn das der ist, den ich kenne! Haben wir dich auch mal? Hab ich nicht mal mit dir gegen die Ente gespielt? Hatte ich doch nicht! Hab ich doch nicht! Aber weil mir sagen tut's auch was! So! Was sagt er? Vor allen Dingen bei ihm steht drauf Greatkiller! Also ob! Ja! Freunde fangen das hier auf jeden Fall! Lächerlich! Dann hätte er mich nicht so dermaßen Hardcore abgekämmt! Und Tizia Piwi! Ist doch ein guter Killer! Willkommen an dich auch! Ja, das wissen wir, dass der gebufft worden ist! Aber äh... Das hat ja mit dem... Der Buff hat ja mit dem Hardbeat Dings zu tun! Ne? Das hat ja mit dem Hardbeat Dings zu tun! Der Hardbeat war aber einfach... Das war auch nicht verstört 3! Das war auch nicht verstört 3! Ach! Verstört 4 mindestens! Verstört 4! Du! Ja! Du hast auf der einen Seite aufgehängt! Und ich drüben war auf der anderen Seite der Map! Am Eck! Im Eck drin! Also ich... Du kannst dir das vorstellen! Ich hing auf der einen Seite der Map! Gerade! Er war auf der anderen Seite der Map! Bei nem Gen! Und hat trotzdem da Hardbeat gehabt! Während er eigentlich noch bei mir war! Und das ohne... Und das ohne Distressing! Also ohne verstört! Er hatte nur... Er hatte nur... Play with him! Und da ist hier gut! Eins drin! Von daher war das grad ein bisschen crazy! Aber gut! Ist dann eben so! Dann hätte ich's verstanden! Es hätte nur 3 Maps gereicht! Ja! Definitiv! Mit der Wahnsinnsstufe? Ne! Also Season war überhaupt nicht auf Wahnsinnsstufe! Ich war Stufe 2! Ich war Stufe 2! Also Season war erst auf Stufe 1! Also von daher... Passt das glaube ich auch nicht wirklich! Ne! Also das was der da... Das war... Ne ne! Also ich glaube... Ich glaube die Wahnsinnsstufe und der Hardbeat... Das hängt nicht wirklich zusammen! Ne! Also selbst wenn der den König drin hat... Dann äh... Hast du ja dann noch roten... Roten Schimmer quasi zwischendrin immer wieder! Ne! Aber äh... Ansonsten... Hat das mit dem Hardbeat nicht wirklich viel zu tun! Chidori! Ready! Danke! Also das war... Das war ja... Das war ja... Ja! Mein Gott ist das so ne! Ich muss sagen... Beste Killer EU ever! Oh ja! EU... Ich dachte... Du hast das beim Doc auch? Okay! Und der hatte kein... Kein äh... Verstört... Distressing drin? Ne! Weil er hatte auch nur die... Und er hatte auch nur ähm... Also wie gesagt... Er hat zur Play Music Food nur drin! Und dann hat er das Addon Ordnung und äh... Zwang drin gehabt! Auf 1! Okay! Krass! Dann haben die bei dem den Hardbeat so dermaßen erhöht? Das wundert mich aber... Das steht auf... Steht auf jeden Fall nicht in den Patch Notice drin! Ne! Nicht so extrem, dass du über den ganzen Map Hardbeat hast! Egal was er macht! Ob jetzt Furzen geht oder sich in die Ecke stellt! Das war wirklich sowas für... Ecke Ecke! Ach der hat... Der Typ hatte dann auch nur angeblich nur einen Perk! Ach guck an! Ja dann ist es vielleicht ein Anzeige Bug vom Doc! Das könnte durchaus sein, dass das ein Anzeige Bug ist! Weil ich hatte letztens mit dem Bunny nämlich auch ne Runde! Da wurde mir angeblich angezeigt, dass ich jeden Perk den ich drin hatte nur auf Stufe 1 hab! Aber ich hab auf dem Bunny ja alles auf Stufe 3! Ah ok! Dann ist... Alles klar! Dann sind die Anzeige Bugs wieder von den Perks wieder da! Alles klar! Gut! Ich muss jetzt erst mal ein paar Haken sabotieren! 4 Stück! Ich muss erst mal... Ich muss nach wie vor 5 Minuten mit dem Bunny davon laufen! Ach du arme Sau! Ich gewöhne mich an den Bunny! Ja ne dann ist das offensichtlich wieder der Anzeige Bug! Aber äh... Wie geht's dir eigentlich? Tizia Pibi! Alles gut bei dir? Ah... Sorry! Muss mal kurz ähm... Wasser in die Ecke stellen! Das... Was? Eng! Ja! Kurz Klo! Lass laufen! Äh... Doch! Also eigentlich ist der Doc schon zu schaffen, wenn der nicht so dermaßen äh... Einen abcammt und tunnelt! Dann ist das eigentlich doch durchaus zu schaffen! Kommt doch mal ein bisschen auf die Map an! Ah! Feierabend! Wie das duftet! Schönen Feierabend, Ibi! Freut mich! Alles gut! Das freut mich auch! Auch alles gut! Danke! Danke! Danke!